Ich bin die Magdalena Obermeier, bin jetzt 18 Jahre alt, komme aus Goldspruch und bin jetzt im dritten Lehrjahr bei der Firma FACC und lerne dort Konstrukteur. Am meisten taugt mir eigentlich die Abwechslung auch, dass man nicht jeden Tag das Gleiche zeichnet, sondern einfach jede Woche unterschiedliche Sachen kriegen, für die man wieder Sachen dazufinden und konstruieren müssen und eigentlich, dass es nie langweilig wird. Also bekannte Arbeiten da von mir und habe immer viel Gutes darüber gehört und dann habe ich mich auch im Internet gut informiert und da habe ich mich eh schnuppern können. Dann hat es ja eins zum anderen ergeben. Also jetzt erst einmal die Lehre fertig machen, dann eine gute Lehrabschlussprüfung, weiter schauen, wie es sich ergibt und dann natürlich immer das Beste geben und versuchen.